herzlich willkommen selbstklebende led streifen lassen sich im prinzip überall aufkleben aber seien wir doch mal ehrlich richtig professionell wird der einbau erst durch die verwendung von einer alu schiene mit passendem abdeck cover und darum geht es heute im video um alu schienen für led streifen ich zeige euch wie man die richtige schiene auswählt und was bei der montage zu beachten ist wir schauen uns die verschiedenen abdeck cover an und ich gebe euch tipps welche fehler ihr vermeiden könnt und damit fangen wir jetzt auch sofort an los geht's wir haben bei uns im online shop eine sehr große auswahl an alu schienen daher bekomme ich öfters die frage welche schiene soll ich denn da jetzt nehmen es gibt hauptsächlich vier faktoren welche bestimmen welche schiene die richtige ist die abmessung des led streifens leistung des led streifens anwendungsfall und das design klingt banal wird aber oft übersehen der led streifen muss in die alu schiene überhaupt erst mal reinpassen dieser wasserdichte led streifen ist beispielsweise 13 millimeter breit und passt daher nicht in die schlanke s line schiene hier muss man dann auf die nächst größere m line schiene ausweichen unsere meist verkauften led streifen haben eine leistung von etwa 8 bis 12 watt pro meter für spezielle anwendungsfälle bieten wir aber auch lichtstärkere led streifen mit über 15 watt pro meter an bei diesen produkten muss der led streifen zusätzlich gekühlt werden damit er im betrieb nicht überhitzt dadurch wird dann die alu schiene zwingend erforderlich weil sie hierbei als kühlkörper fungiert im dritten punkt geht es darum zu überlegen wo man die alu schiene einsetzen möchte soll die alu schiene beispielsweise in möbeln oder in einem schrank eingebaut werden ist eine kleine schlanke schiene sinnvoll für eine decken- oder pendelleuchte bietet sich eine breitere alu schiene an es gibt auch einige sonderbauformen beispielsweise alu schienen welche seitlich abstrahlen oder speziell für treppenstufen geeignet sind oder für den unterputzeinbau beispielsweise im bad am häufigsten werden aber u schienen verwendet alle u schienen sind bei uns im shop übersichtlich nach breite sortiert unser sortiment erstreckt sich aktuell von 16 bis 76 mm breite ich habe hier mal eine grobe übersicht der wichtigsten alu schienen zusammengestellt welche man bei uns online bestellen kann hier kann man ganz gut sehen dass die bezeichnungen praktischerweise sich wie konfektions größen lesen also s für small m für medium l für large und so weiter die maße die ich hier angegeben habe beziehen sich auf die außen abmessungen der alu schienen wenn er in der produktbezeichnung den zusatz rec findet dann hat die schiene abdeckkragen diese schienen sind für den versenkten einbau gedacht und der kragen schließt dann sauber an der kante ab die 24 in der produktbezeichnung weist auf eine rückseitige nut in der schiene hin dazu erfahrt ihr aber auch mehr im kapitel zubehör in diesem video bei punkt nummer vier geht es hauptsächlich um die farbe der oberfläche alle schienen sind in der oberfläche silber eloxiert lieferbar viele alu schienen führen wir aber auch in den farben schwarz oder weiß die oberflächen sind dann pulver beschichtet nahezu alle alu schienen bieten wir in zwei meter länge an das ist unser standard einige artikel bieten wir zusätzlich in einem drei oder fünf meter an die mit abstand meist verkauften schienen sind zwei meter lang weil hier der preis pro meter am günstigsten ist und der sperrgut versand mit etwa 20 bis 25 euro moderat ausfällt drei und fünf meter schienen sind nicht von jedem produkt verfügbar der laufende meter ist zudem etwas teurer und der versand ist nur per spedition möglich hier fallen mindestens 120 euro versandkosten an ein meter schienen sind ebenfalls nicht von jedem produkt verfügbar aber hier ist ein sehr preiswerter versand per paket möglich für nahezu alle projekte empfehlen wir die zwei meter langen schienen diese können beliebig lang fortlaufend montiert werden gegen einen geringen aufpreis bieten wir auch zuschnitte an wir berechnen dabei jeden einzelnen schnitt hallo schiene und abdeckcover zählen also getrennt wir beraten euch auch gerne telefonisch und helfen euch bei der zusammenstellung die zuschnitte können aber auch direkt im online shop in den warenkorb gelegt werden die gewünschten maße könnt ihr uns beispielsweise per e mail zukommen lassen jeder schnitt nimmt vier millimeter aus dem material das solltet ihr bei der planung berücksichtigen es ist auch möglich 90 grad ecken durch schnitte auf gärung zu bekommen bitte beachtet dass zuschnitte toleranzen von plus minus zwei millimeter haben und von der rückgabe ausgeschlossen sind abdeckcover werden einfach von vorne auf die alu schiene aufgedrückt und rasten dann ein es gibt die oberflächen klar gefrostet milchig und mikro prisma die klare abdeckung kann man mit einer fensterscheibe vergleichen obwohl die abdeckung nahezu keinen einfluss auf den lichtaustritt hat macht sie durchaus sinn als staubschutz die gefrostete abdeckung ist vergleichbar mit eisblumen auf einem fenster im winter die abdeckung nimmt nur ein wenig der lichtstärke weg und verteilt das licht angenehm weich durch das cover kann man die einzelnen leds hindurch schimmern sehen was man durchaus als einen interessanten effekt nutzen kann wer die einzelnen led punkte nicht sehen möchte benötigt die milchige abdeckung diese abdeckung verbirgt einzelne leds voraussetzung dafür ist aber ein mindestabstand zwischen abdeckcover und leds wie weit leds und abdeckcover für eine homogene ausleuchtung voneinander entfernt sein sollten könnt ihr dieser tabelle entnehmen befindet sich zwischen led und abdeckcover nur wenig platz empfehlen sich die sogenannten cob bänder mit unterbrechungsfreiem led streifen das milchige cover ist mit seiner breiten und gleichmäßigen ausleuchtung unser bestseller man sollte aber berücksichtigen dass es ein wenig helligkeit von den leds wegnimmt das mikro prisma cover verteilt das licht gleichmäßig ohne dass man dabei große helligkeitsverluste hinnehmen muss die vielen kleinen prismen erzeugen einen schillernden effekt auf der leuchtfläche ich möchte hier unbedingt den hersteller und lieferanten pro led nennen welcher uns bereits seit vielen jahren mit diesen hochwertigen artikeln beliefert mit den produkten von pro led sind wir sehr zufrieden und ich bedanke mich auch für die unterstützung für dieses video ein ganz besonderes design bieten die schwarzen abdeckcover die oberfläche ist lichtdurchlässig erscheint aber im ausgeschalteten zustand schwarz allerdings nimmt dieses cover auch licht weg was bei der planung zu berücksichtigen ist abdeckcover gibt es in verschiedenen bauformen beispielsweise flach rund oder eckig sowohl von den abdeckcovern als auch von den alu schienen bieten wir im online shop muster an die cover bestehen aus dem material pmma das material ist uv beständig und kann daher mit den alu schienen zusammen auch im außenbereich eingesetzt werden als alternative bieten wir polycarbonat an welches bei uns im online shop auch als bruchfest bezeichnet wird das material bietet eine höhere flexibilität kann aber durch uv licht vergilben und eignet sich daher nur für den innenbereich üblicherweise liefern wir die abdeckcover als stangenware wer also beispielsweise zwei meter lange alu schienen bestellt bestellt auch zwei meter lange cover man sollte sich keine sorgen um die übergangsnähte machen es gibt allerdings auch die möglichkeit die cover als rollenware zu bekommen die zehn meter langen rollen können dann beispielsweise auf mehrere zwei meter lange alu schienen unterbrechungsfrei aufgesetzt werden die kombination beider artikel lässt günstige versandkosten zu alu schienen zu montieren ist im prinzip ganz einfach schiene festschrauben led streifen einkleben abdeckcover aufsetzen fertig alu schienen müssen in der regel immer vor ort zugeschnitten werden da die produkte fertigungstoleranzen haben beispielsweise eine zwei meter lange alu schiene ist im auslieferungszustand niemals exakt zwei meter lang ebenso die abdeckcover variieren einige millimeter in der länge da sich die materialien je nach temperatur in der länge verändern empfiehlt es sich die schienen an das gewünschte klima anzupassen werden die alu schienen beispielsweise in der wohnung verbaut sollte man diese vor dem zuschnitt auf zimmertemperatur bringen in der regel sind alu schienen nicht gelocht das heißt löcher müssen selbst gebohrt und gesenkt werden danach werden die alu schienen mit senkkopfschrauben befestigt je nach untergrund verwendet man einfach holzschrauben oder schrauben und dübel mehrere alu schienen werden einfach auf stoß gesetzt man muss darauf achten dass die alu schiene sich beim festschrauben nicht verformt dies kann dazu führen dass die abdeckcover sich entweder nicht mehr eindrücken lassen oder keinen halt finden und einfach aus der schiene fallen bevor der led streifen eingeklebt wird empfiehlt es sich den untergrund zu reinigen beispielsweise mit einem papier tuch und etwas glasreiniger vor dem einkleben sollte man den streifen der länge nach in der mitte positionieren damit die abstände vorne und hinten an der schiene ungefähr gleich groß sind auf den trockenen und fettfreien untergrund wird der selbstklebende led streifen geklebt achtet darauf dass der led streifen sauber in der mitte eingeklebt wird am besten arbeitet man sich stück für stück vorwärts dazu immer nur einen teil der schutzfolie abziehen das betreffende teilstück aufkleben bevor man wieder weitere schutzfolie abzieht den led streifen gut andrücken manchmal braucht das doppelseitige klebeband ein paar stunden bevor die volle klebekraft vorhanden ist die abdeckcover werden einfach von vorne auf die alu schienen aufgedrückt dabei sollte man vermeiden dass eine stoßkante der cover genau auf einer stoßkante der alu schiene sitzt besser ist die abdeckcover versetzt auf die alu schiene aufzubringen falls sich die cover schwer einsetzen lassen kann ein holzglotz beim eindrücken helfen dies ist kein mangel die produkte haben sehr enge toleranzen und der stramme sitz ist notwendig damit die abdeckcover sich nicht von alleine lösen können beispielsweise bei einer montage über kopf für die alu schienen bieten wir diverses zubehör an dazu gehören zum beispiel endkappen aus aluminium zum anschrauben einige alu schienen bieten an der rückseite zusätzlich eine montage not hier kann diverses zubehör angebracht werden dazu gehören beispielsweise verbinder ecken winkel oder seil abhängungen diese montage klammern helfen beim einbau in hohlräume diese montage winkel oder schwenkbaren halter aus der m line serie können ebenfalls sehr nützlich sein die einschiebe grundplatten kann man beispielsweise als zusätzlichen kühlkörper verwenden das zweite stockwerk innerhalb der alu schiene kann auch dazu verwendet werden ein netzteil in der schiene unterzubringen für einige alu schienen gibt es auch abdeckcover aus aluminium diese kann man als blind abdeckung verwenden um beispielsweise ebenfalls ein netzteil zu verstecken bitte denkt bei der montage auch an die sicherheit ich habe euch hier mal das wichtigste zusammengestellt ich muss aber auch darauf hinweisen dass hier sind nur tipps das ersetzt nicht das baurecht vor ort was selbstverständlich einzuhalten ist led streifen erwärmen sich beispielsweise deshalb sollte man die alu schiene so montieren dass sie nicht mit leicht entzündlichen materialien in berührung kommt falls ihr die schiene auf holz montieren möchtet kommen nur led streifen mit einer geringen leistung in frage wir sind am ende des videos angekommen produkte und preise findet ihr in unserem online shop unter www led-shop.com wenn ihr noch fragen habt nutzt unseren sehr guten telefonischen kundenservice ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal und auf wiedersehen bis zum nächsten mal